Guten Morgen, Mitglieder und Freunde der OSM-Community. Wir erinnern uns an das Jahr 2010. Da geisterte mal durch die OSM-Blogs die Meldung, dass Hamburg inzwischen in OpenStreetMap komplett sei. Das bedeutete damals so viel wie, es waren alle Straßen in Hamburg erfasst. Und die Städte haben sich dann bemüht, jeder in eine sogenannte Hall of Fame hineinzukommen, die man im Wiki eingerichtet hatte, um eben ihre Straßen komplett zu bekommen. Heute ist das natürlich Mahn von gestern. Heute haben schon die kleinsten Käffer alle Straßen und alle Adressen sogar vollständig. Und das animiert natürlich dazu, sich mit den Adressen ein bisschen mehr zu beschäftigen. Und wie das vonstatten geht, das erzählt uns jetzt der Christopher Lorenz. Viel Spaß. Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben doch einige hergefunden hier. Und ja, ich werde so ein paar Sachen erzählen, was in der OSM-Datenbank so an Adressdaten ist, was so relevant ist. Wie gesagt, mein Name ist Christopher Lorenz. Ich komme südlich von Berlin. Bin da auch regelmäßig beim Berlin-Brandenburger Stammtisch Besucher. Und sage ich mal so, ich habe auch ein bisschen so die Chronik gepflegt, so ein paar Worte zu mir. Und bin in OSM angemeldet, seit genau zehn Jahren und einen Tag. Also wie gesagt, ich hatte gestern meinen Geburtstag auf der Foskis. Ja, wie gesagt, da gab es auch einige Gratulanten. Und ja, dann nochmal ein Dankeschön an alle. Ja, kommen wir jetzt zur Übersicht. Also ich werde so ein paar Worte sagen, wie es zu diesem Projekt gekommen ist. Dann, was sind Adressdaten eigentlich oder was ist adressrelevant in der OpenStreetMet-Datenbank? Also da werde ich mich dann so mit einigen Themen beschäftigen, wie diese ADDR-Tags und was gibt es so für Grenzrelationen. Dann habe ich ja schon so ein bisschen ein kleines Programm gemacht. Deswegen auch dieser ominöse Name OSM-Adressdb. Das ist der Projektname für das Ganze. Wie gesagt, da gibt es so ein Datenmodell. Und wie man denn schon sieht, visueller Prototyp. Da gibt es dann noch ein zweites Projekt hinten dran, was die ganze grafische Aufbereitung der Daten nochmal so vonstatten gibt. Da habe ich so einen kleinen Prototyp erstmal gebastelt, um zu sehen, wo will ich ungefähr hin. Für das Qualitätsmanagement von dem Ganzen. Und dann, wie ist der aktuelle Stand von meiner Umsetzung von dem Projekt. Also von diesen ganzen grafischen Darstellungen oder von der Auswertung. Und dann werden wir noch ein bisschen Zusammenfassung machen. Und ich denke mal, dann sind auch die geforderten 20 Minuten für meinen Vortrag auch, denke ich mal, gut ausgefüllt. Ja, wie kam es zu dem ganzen Projekt? Es war, glaube ich, im Jahre 2013. Da kam jemand auf mich zu und sagte, ja, ich habe hier so ein kleines Projekt. Ich möchte mal die Adressdaten aus der OpenStreetMap-Datenbank haben, aber ich will das offline in meinem eigenen Projekt haben. Ja, ist natürlich schwierig. Dann kann man natürlich nicht diese vorhandenen Tools benutzen, wie Overpass, API, Nominatum und so weiter. Ist es natürlich schwierig. Also war das ursprüngliche Ziel meines Projektes eigentlich das Auslesen von Adressdaten. Hört sich erstmal ganz einfach an, ist aber, wie wir denn im Verlauf des Ganzen jetzt mitkriegen werden, nicht ganz so einfach. Also das Suchen von einer Adresse Berlin mit Postleitzahl, Straße, Hausnummer ist nicht unbedingt einfacher zu sagen. Ich ziehe mir die Daten einfach so raus. Ja, mit der Zeit habe ich ja dann mein Datenmodell aufgebaut und habe gesagt, eigentlich könnte man das Ganze jetzt zum Qualitätsmanagement-Tool ausbauen. Und das ist auch das Ziel, was mein ganzes Projekt so hat. Hat jetzt hier eine Folie zu viel? Ne, sah nur so aus. Ja, welche Daten sind relevant, die in OpenStreetMap drin sind? Also welche Tags? Also es gibt erstmal die ADDR-Tags. Also da habe ich mal geschaut. Da gibt es laut Tag-Info 43 verschiedene Keys. Viele sind davon relevant. So ungefähr, ja, ich denke mal so 20 sind auch im Wiki dokumentiert. Und einige sind dann wirklich so frei erfunden, würde ich mal so sagen. Oder so Eigenkreation. Viele sind dann auch mit ein oder zwei Values nur belegt. Oder haben eine sehr geringe Ausbreitung. Dann ist noch interessant, wenn man sich mit dem Thema Adressen beschäftigt, die ganzen administrativen Grenzen. Da werde ich nachher auch noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Wie gesagt, das sind, ja, Relationen im größten Teil, zumindest in Deutschland und Österreich. Da sind die Grenzen dann zusammengesetzt mit den verschiedenen, ja, Landkreisen, Städten und so weiter. Dann ist noch interessant für die Adressdaten. Es gibt ja Postleitzahlen. In Deutschland ist das zumindest verbreitet, dass, soweit ich weiß, ich glaube, alle Postleitzahlen auch eine entsprechende Relation haben. In Österreich habe ich jetzt noch keine gefunden. Und wie man auch schon so sieht, wir haben Relationen 9.237 weltweit drin. Und in Deutschland gibt es laut Wikipedia 8.208 Postleitzahlen Relationen. Das heißt, es sind so knapp 1.000, die auf der ganzen Welt sonst noch verteilt sind an Relationen für Postleitzahlen. Also wie gesagt, die deutschen Postleitzahlen habe ich jetzt nur die rausgezogen, die für die Adressen relevant sind. Es gibt, glaube ich, um die 23.000 Postleitzahlen deutschlandweit. Dazu zählen dann auch Postfächer und Firmenadressen und so weiter. Die habe ich jetzt hier mal ausgespart. Ich denke mal, das passt ganz gut, dieser Vergleich, dass man eigentlich sieht, dass die Postleitzahlengrenzen vorwiegend in Deutschland sind. Dann noch diese Place-Tags, das sind, ich sage mal so, aus alten OSM-Zeiten, bevor die Relationen mit den ganzen Grenzen zustande kamen. Mehr oder weniger die Nots von den einzelnen Städten und Wohnplätzen und so weiter. Wenn ich jetzt natürlich gucken will, ob die Adressdaten valide sind, muss ich natürlich die auch heranziehen, um mir diese anzuschauen. Und dann zu guter Letzt noch die Associated Streets, also die Relationen, wie gesagt, da gibt es, ich sage mal, Freunde und Feinde. Das war alles schön, da gab es schon Diskussionen auf den Mailinglisten und Foren. Michael lacht schon, weil das sein Thema mal irgendwann war im Forum. Wie gesagt, da haben wir noch 250.000 rund oder 245.000 Relationen. Also wenn ich jetzt zu einer Adresse natürlich auch die Straße haben will und mit dieser Relation die ganze Sache belegt ist, muss ich die natürlich auch irgendwo auswerten und betrachten. Ja, kommen wir jetzt zu den ADDR-Tags, also die ganzen Adresstexte habe ich mal so aufgelistet, was für Deutschland und ich denke mal, das zählt auch für Österreich und Schweiz, so für relevante Texte sind. Also das ist die Hausnummer, Straße, Stadt, Postleitzahl und entsprechend das Land dazu. Das sind erstmal so die relevanten, also man sieht auch in der Häufigkeit sind das diejenigen, die wirklich am weit verbreitetsten sind. Man hört ja immer, in anderen Namen gibt es keine Hausnummern, da gibt es dann nur Hausnamen, so wie Bahnhof und ich sage mal so Rathaus. Da war ich erstaunt, dass es da nur 280.000 gibt, also recht wenig. Und wie gesagt, Suburb, das sind dann halt Ortsteile einer Stadt. Ja, das, ja, ich sage mal so mit 1,6 Millionen ist das auch schon ganz schön verbreitet. Place, das ist der Ortsname, wenn keine Straße existiert, also wirklich ganz kleine Dörfer, wo nur eine Straße durchgeht und fünf Häuser drauf sind. Da ist üblicherweise dann keine Straße definiert oder laut Wiki sollte es so sein, dass keine Straße definiert ist. Dann kann man Place angeben, wo der Ortsname, also jetzt kommen wir wieder zu diesen Place Notes, die ich vorhin angesprochen habe, zurück. Diese wären dafür relevant. Jetzt habe ich natürlich noch, ich habe es noch nicht gemacht, dass ich einen Vergleiche mache, wo ist Place und Straße angegeben, weil sich ja das von der Sache her irgendwo so ein bisschen beißen könnte. Und dann gibt es halt diesen State, der State ist, ja, der Bundesstaat oder wie gesagt, hier wäre es ja dann zum Beispiel Salzburg wäre ja so ein Bundesland oder sonstiges oder Brandenburg oder NRW wird aber in Deutschland nicht verwendet oder sollte nicht verwendet werden. Da gab es auch, glaube ich, mal einen Bot, der das dann wieder alles rausgeschmissen hat, das ist wirklich vorwiegend im amerikanischen Raum verbreitet. Dann hatte ich ja schon angesprochen, die Relation zum Typ Boundaries. Da gibt es diese verschiedenen Adminlevel, die definieren, was ist das für eine Grenze. Also üblicherweise ist zwei, wie das Wiki auch sagt, die Staatsgrenzen und ab da drei beginnen die nationalen Hierarchien. Jetzt habe ich das hier mal kurz ausgearbeitet für Deutschland, Österreich und der Schweiz. Also Bundesländer oder das Bundesland ist definiert in Österreich und Deutschland. In Schweiz sind das zum Beispiel Kantone, wie gesagt. Und hier habe ich auch schon so ein bisschen angefangen, wie könnte man das irgendwie zusortieren zu diesen Adresstexts. Wie gesagt, ich habe da extra mögliche hingeschrieben, weil das natürlich nicht immer hundertprozentig stimmt, dass man diese, ich sage mal so matchen kann und vergleichen kann, ob diese stimmen. Also dass man dann einen Vergleich machen kann zwischen den Relationen und diesen Adresstexts. Wie gesagt, das wäre State. Dann kommt Regierungsbezirke in Deutschland oder Verwaltungsregionen in der Schweiz. Das wäre dann auf dem Level 5, wohingegen die Regierungsbezirke, wie man jetzt weiß, nicht in allen Bundesländern in Deutschland verbreitet sind. Die Verwaltungsregionen in der Schweiz weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht kann mich ja da, wenn jemand hier irgendwo ein Schweizer im Publikum ist oder mir irgendwo zuhört, mir dann nochmal Informationen geben, wie das da wirklich aufgebaut ist, ob es die überall gibt. Und dann kommen Landkreise, Bezirksämter oder halt diese politischen Bezirke in Österreich. Das ist auf Level 6 und dann ganz wichtiger Punkt ist Städte und Gemeinde. Also das ist das, was üblicherweise auch in City angegeben wird. Von Dietmar Seifert hatte ich schon gehört, von Regio OSM, dass in Polen meistens dann auch schon die 7 das Relevante ist. Und da gibt es auch so verschiedene, ja, ich sage mal so Anmerkungen, aber im Wiki selbst ist halt definiert, wenn man so durchguckt, wie gesagt, auf die Adresse, die man da angegeben hat oder man sucht einfach nach Adminlevel, findet man dann üblicherweise, dass in der 8 immer die Stadt oder die verwaltende Stadt angegeben ist als solches und verwaltende Städte werden üblicherweise bei Adressen dann auch als City angegeben. Also das passt also mit dieser 8 und diesem City ganz gut überein. Ausnahmen bestätigen die Regel, sage ich mal so. Da gibt es alle möglichen Ausprägungen. Und dann, größer gleich 9 habe ich da mal geschrieben, üblicherweise ist 9 und 10, nur vergeben. Es gibt aber auch 11, da gibt es dann manchmal so Streitigkeiten, weil es so statistische Bereiche sind, die dann anderweitig verwendet werden. Aber wie gesagt, 9 und 10 sind dann die Stadtteile oder Ortsteile oder Gemeindeteile, je nachdem, wie man das in den verschiedenen Ländern nennt. Und da sieht man dann auch, das sind dann diese ganzen Hamlet, Place und Suburb, die ich schon angesprochen habe. Aber könnte natürlich auch City sein, wenn die 8 eine Gemeinde ist, dass dann wirklich in der Adresse auch selbst die Stadt, nur der Ortsteil als Stadt angegeben ist in der Adresse. Ja, was sind jetzt die Herausforderungen, wenn man mit diesen Daten arbeitet? Wie ich schon angesprochen habe, die Associated Street Relation, die muss man natürlich beachten, wenn man diese Daten bearbeitet oder die Adressdaten aus der Datenbank herausziehen möchte, dass man diese den einzelnen Adressen zuweist. Dann gibt es natürlich, deswegen habe ich nämlich die ganze Geschichte gemacht mit diesen Admin-Relationen, unvollständige ADDR-Tags. Also es fehlen bei einigen Adressen die Postleitzahlen, bei anderen fehlt dann die Stadt oder das Land. Also da ist durchaus möglich, dass dann wirklich nur ein Not ist von einem Restaurant oder sowas, wo manchmal nur die Hausnummer angegeben ist, nicht mal die Straße. Dann ist es ja wirklich unvollständig. Aber wenn die Hausnummer und die Straße angegeben sind, kann man mit diesen Relationen, die ich hier vorhin schon angesprochen habe, also diesen Admin-Levels, mehr oder weniger die ganzen restlichen Daten, die fehlen, füllen. Und wie gesagt, da komme ich nachher auch nochmal drauf ein Stückchen zurück, was man denn damit machen kann, wenn man das da so ordentlich gefüllt hat. Dann ist die Sortierung der Hausnummern, also wenn man das irgendwie ordentlich anzeigen will, gibt es natürlich verschiedene Hausnummern. 1, 2, 3, 4 ist das Einfachste, was man sortieren kann, ist ja numerisch. Aber diese Daten muss man ja teilweise dann auch noch aufbereiten, weil hinten kommt dann noch ein A, B, C und so weiter hinten ran. Das ist dann, da wird es dann langsam schwierig, weil ich glaube an Aachen oder sowas, gibt es dann noch so komischen Hausnummern wie ein Halb und ein Viertel, ein Drittel und weiß ich was. Diese muss man natürlich auch beachten und irgendwie in einer ordentlichen Reihenfolge hinkriegen. Ich sage mal so, jetzt habe ich jetzt mal nur Deutschland betrachtet, wer sich über Hausnummern noch informieren will. In Wikipedia gibt es zum Thema Hausnummern noch einen Artikel. Also wenn man nicht schlafen kann, ist das sehr gute Gute-Nacht-Lektüre. Da steht eine ganze Menge drin zum Thema Hausnummern. Ja, wenn man jetzt für die Validierung der Daten sich irgendwie eine Stadt oder irgendwas auswählen will, hat man natürlich die Schwierigkeiten, die Verwaltungsstrukturen, dass da jeder anders aufgebaut ist. Beim einen gibt es nur Level 4, zum Beispiel Berlin ist ein Stadtstaat, das wäre dann Level 4 und danach gibt es kein Level, es gibt kein Level 8, wie ich vorhin angesprochen habe, für die City. Wohingegen ich gesehen habe in Salzburg, Salzburg ist auch sowas in der Richtung, dass es eine Art kreisfreie Stadt ist, würde ich das mal so nennen. Und da gibt es halt auf der Ebene der kreisfreien Stadt, also das wäre dann die 6, wenn ich mich recht entsinne. Einmal eine Relation, die gleiche Relation gibt es dann nochmal auf Level 8. Also da hätten wir dann wirklich das Level 8, was wir auch vergleichen können. Und wenn ich das irgendwie auswerten will oder ein Qualitätsmanagement-Tool mache, habe ich natürlich auch die Schwierigkeiten mit dem Update-Mechanismus und halt den Geschwindigkeiten der Abfrage. Ja, was habe ich jetzt gebaut? Also hier unten habe ich mal kurz mein Datenmodell, sage ich mal so, was es auf GitHub liegt. Kann sich jeder runterladen, bearbeiten, ich sage mal, steht zur freien Verfügung. Was habe ich da gemacht? Auf Basis von OSM to Peggy SQL, habe ich mehr oder weniger mir da einige Trigger zur Insert, Update und Delete-Erkennung eingebaut, damit ich dann sehe, wenn ich ein Update mache, was ist jetzt hinzugekommen, was wurde gelöscht, damit ich, wie ich hier schon im zweiten Punkt drin habe, mein eigenes Schema entsprechend füllen kann, wo ich meine Daten entsprechend aufbereitet habe. Dann ist in dieser Skriptsammlung drin das Füllen von fehlenden Daten. Also wenn DE als Address-Country fehlt, wird das entsprechend aufgefüllt, steht ja alle, die Daten sind ja alle irgendwo da. Und dann habe ich noch einige Abfragen gemacht, da komme ich gleich nochmal zum Datenmodell. Zwischengespeicherte Fuse, also diese materialisierten Fuse, um die Abfragegeschwindigkeit entsprechend schnell zu machen. Und ein kleiner Update-Mechanismus ist auch noch drin, einmal vollständig, da werden auch die ganzen Relationen nochmal berechnet. Oder halt nur Adressen, was dann auch entsprechend etwas schneller geht in der Aktualisierung. Ja, hier mal so eine kurze Übersicht zu meinen Tabellen, die existieren. Also die sind jetzt noch in keinem Bezug an dieser Stelle. Also es sind wirklich lose nur alle Address-Tags oder alle Adressen vorhanden. Also die mit ADDR beginnen, die ich vorhin aufgelistet habe, die Hausnummern, die Straße, Land und so weiter. Und dazu dann noch ein Feld mit Source, damit ich sehe, wo kommt das Ganze her. Daran erkenne ich dann zum Beispiel, so nach dem Motto, wo habe ich jetzt das Land her. Stand das so drin, dann ist das Source-Feld zum Beispiel leer oder kommt dieses Land, sage ich mal so, aus der Relation, dann steht da die Relations-ID drin. Dann bekomme ich nämlich raus beim Update, oh, das muss ich anpassen, die Relation hat sich geändert. Die muss ich erstmal wieder rausschmeißen, damit ich später wieder diese korrigieren kann. Dann habe ich nochmal ganz los einfach nur alle Admin-Grenzen, die irgendwie existieren von, ich sage mal so 1, die nicht existiert. Das sind so super Relationen, die 1 im Admin-Level, sowas wie EU, ich weiß gar nicht, ob die existiert, die habe ich noch gar nicht gesucht. Und wie gesagt, die stehen erstmal lose drin, alle Places, Postcodes und alle Straßen da zusammengefasst. Und wie gesagt, das Ganze wird dann aufbereitet in einfache, materialisierten Views, wo dann ganz wichtig ist, diese Admin-Hierarchie ist mehr oder weniger der Aufbau des Ganzen, wo dann wirklich drinsteht, dass die Stadt sowieso in dieser Region sind. Das ist dann nochmal in Liste der Städte, gucke ich, was ist vor der Acht das letzte Level. Und darauf aufbauend habe ich dann Places, Postcodes, Roads und Suburbs das Ganze mir mal zwischengespeichert. Ja, was gibt es für Tools bereits? Es gibt bereits sowas wie den OSM-Inspektor, wo man sich das visuell anzeigen lassen kann. Oder Regio-OSM, wo man eine Auswertung Soll-Ist-Vergleich hat. Da wird der Dietmar vielleicht nachher noch was sagen im nächsten oder übernächsten Vortrag. Und was habe ich dann noch? Wie gesagt, dann habe ich meinen Prototyp angefangen, der sieht dann entsprechend so aus. Ich kann mir in meiner Hierarchie das Ganze wählen. Erstmal so nach dem Motto, welches Bundesland bin ich, welche Stadt bin ich. Dann wähle ich mir irgendwann eine Stadt aus. Da kann ich mir dann angucken, was habe ich hier für Stadtteile, was habe ich für Places. Welche Postcodes sind in dieser Stadt oder in dieser Relation vorhanden. Kann mir hier meine Adressen runterladen, meine Straßen, die innerhalb der Stadt sind. Und kann gegebenenfalls noch Filter machen. Also wie gesagt, das sieht erstmal sehr spartanisch aus. Dann hier nochmal die Places aufgelistet. Hier habe ich noch einige grau gemacht, weil die Places, also sind ja eigentlich nur Punkte. Das Ganze sind erstmal so grau hinterlegt, weil die auch als Suburb existieren. Dann kann man sich natürlich noch die ganzen anderen Details anzeigen. Hier zum Beispiel Adressen, wo ich keine Straßen zu sortieren kann. Und hier sieht man zum Beispiel auch Country. Hier habe ich das zum Beispiel nicht gefüllt. Wird dann angezeigt, das ist rot. Das ist irgendwie nicht plausibel, ist leer. Oder halt die Straßen, dass diese nicht existieren. Das könnte genauso mit dem Stadtnamen, wenn da ein Schreibfehler drin ist, könnte das entsprechend rot, gelb oder sonstiges dargestellt werden. Je nachdem, ob das plausibel ist oder weniger plausibel. Dann habe ich diesen Prototyp entsprechend etwas grafisch umgesetzt. Und habe gesagt, PRP war mir zu langsam. Ich habe das jQuery UI rausgeschmissen, weil mir das eigentlich alles zu langsam war. Und habe dann versucht, das auch für den Browser performant zu machen, weil die alte Variante zu clientlastig war. Und das Ergebnis sieht dann erstmal so aus. Ich sage mal, so ein bisschen ein Grafiker musste noch drüber arbeiten. Und wie gesagt, hier habe ich jetzt zum Beispiel mal Salzburg gewählt. Da sieht man schön, dass Salzburg mehr oder weniger als Bundesstaat oder Bundesland zu sehen ist. Und dann habe ich hier mal ausgewählt Salzburg nochmal extra. Da sehe ich jetzt zum Beispiel grafisch, wo liegt Salzburg direkt. Und wie gesagt, dann kann ich mich auch wie bei der anderen Variante bis zur Stadt durchklicken. Wenn ich die dann ausgewählt habe, sehe ich dann zum Beispiel jetzt, das ist nämlich, jetzt interessiert mich, wie lange dieser Fehler da noch drin ist, nachdem ich den in dieser Präsentation gezeigt habe. Hier gibt es zum Beispiel Adressen, die keiner Straße zuzuordnen sind, zum Beispiel Hellbrunner Straße. Hier 16, 16a und 16b, wie man hier sieht. Und wenn man genau hinsieht, da fehlt einfach das Leerzeichen. Sieht erstmal gut aus, der Name. Wo ist der Schreibfehler? Genau wie bei der Werner V. Siemensplatz. Es gibt einen Werner von Siemensplatz, aber keinen Werner V. Siemensplatz. Das sind so Kleinigkeiten, die dann vor Ort korrigiert werden müssen, wenn man sich jetzt an den Vortrag von Frederik von gestern erinnert. Also man sollte das nicht automatisch machen. Man sollte schon Wissen haben, was ist die richtige Bezeichnung. Und wie gesagt, man kann dann auch sagen, wo liegt die Straße innerhalb dieses Polygons. Also ich kann mir jetzt sagen, ich zeige mir mein Suburb an oder mein Place. Wo liegt das Ganze? Kann mir das grafisch anzeigen, damit ich mir das besser so auswählen kann und korrigieren kann. Was sind noch die offenen Punkte? Ja, die Hausnummern werden aktuell noch nicht in der Karte dargestellt, aber wie gesagt, das sind noch so Kleinigkeiten. Download der Adresslisten existiert im Prototyp, ist aber auch kein großes Ding mehr, was gemacht werden muss. Der Filter ist noch so ein offener Punkt, links zu JOSM, das habe ich am OSM-Sendor geschafft, umzusetzen, zumindest zum großen Teil. Für CSS-UI-Design, also ein bisschen grafisch muss es noch aufbereitet werden, die Fehler ordentlich angezeigt werden. Und ja, Feedback von Nutzern ist dann auch noch so ein ganz großer Punkt, dass sie zurückgeben können, so nach dem Motto, es wird zwar als Fehler angezeigt, ist aber was Korrektes. Und wenn das Ganze dann fertig ist, werde ich mich mit Dietmar zusammensetzen, wie wir das Ganze dann uns gegenseitig verlinken können, dass man von einem zum anderen kommt. Ja, zum Ausblick noch, also was habe ich gezeigt? Die Struktur der adressrelevanten Daten habe ich gezeigt. Dann habe ich mein Datenmodell kurz vorgestellt, in der sehr knappen Zeit, die mir bleibt. Und bin jetzt dabei, den Prototyp umgesetzt. Und wenn sich jemand daran beteiligen möchte, dann kann er gerne sich bei mir melden. Also nach diesem Vortrag von Dietmar Seifert, also nach der Frühstückspause, die wir dann haben, werde ich mich mit Dietmar vorn hinsetzen. Da kann gerne jemand dazukommen, wenn dann noch irgendwelche Fragen, die tiefer gehend sind. Ja, dann bin ich jetzt soweit fertig und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich bin im Zeitrahmen geblieben. Vielen Dank, Christoph. So, gibt es irgendwelche Fragen aus dem Plenum? Dann habe ich eine. Hast du auch eine API da drauf? Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, man kenne ja diese Gemeinden, die Karten haben, haben dann hier vorne so einen kleinen Abschnitt mit einer Statistik über Straßen und dann in welchem Planquadrat sie zu finden sind, dass man das quasi automatisiert abfragen könnte. Wenn einer mal so eine Applikation für solche Gemeinden schaffen möchte. Hast du da irgendwie eine API drauf oder geplant? Nee, API habe ich noch nicht drauf. Ich habe halt nur die Variante, dass man auch Stadtteile filtern kann, dass man zum Beispiel sein Berlin-Kreuzberg oder Sonstiges, wo man wohnt, dass man das wirklich explizit rausfiltern kann. Oder bei diesen großen Städten. Ich sage mal, in Brandenburg gibt es ja wirklich große Städte, die waren teilweise die größten Städte Deutschlands gewesen, wenn man es an einer Flächenzahl sieht, dass man es wirklich auf seine Sache filtern kann. Aber eine API ist aktuell noch nicht geplant. Aber wie gesagt, wenn der Prototyp dann läuft, kann man gerne dann auf mich zukommen und sagen, ich hätte gerne das entsprechend, sodass ich sage, zeig mir in dieser Region bitte alle Fehler oder alle potenziellen Fehler. So etwas ist mehr oder weniger angedacht, dass man so eine Fehlerliste bekommt, eingeschränkterweise. Danke, sonstige Fragen. Ich habe da hinten eine gesehen. Okay. Wir müssen das Mikrofon nehmen, weil wir das sonst nicht aufs Video bekommen. Um die Hierarchie wieder zu erstellen, brauchst du ja Polygone. Hast du nie Probleme gehabt, weltweit wieder die Polygone aus OSM herauszukriegen? Weil wir haben die Erfahrung gemacht, weltweit gehen die noch viel kaputt. Und dann, ja, der Atmengrenzen. Ich verstehe den Problem. Wie gesagt, ich nehme OSM2P GSQL. Ich hatte auch schon andere Varianten durchgespielt, zum Beispiel Imposim oder sowas, was natürlich im Import schneller ist. Aber da hatte ich öfter mal Probleme gehabt bei dem Import von Polygon. Da war OSM2P GSQL für mich das Stabilste, was ich wirklich hatte. Also ich arbeite jetzt vorwiegend mit Extrakten. Also wie gesagt, man kann sich das gerne auch in diesen beiden Links mal anschauen, sage ich mal so. Der Server ist nicht der Schnellste. Da habe ich jetzt Deutschland, Österreich, Schweiz als Extrakt drin. Also ich arbeite vorwiegend mit Extrakten. Bei OSM2P GSQL habe ich natürlich mitgekriegt, wenn ich mit Extrakten arbeite, dass sich die Polygone dann manchmal umdrehen, wenn es irgendwelche Exklaven gibt oder Sonstiges. Deswegen war auf der einen Folie auch zu sehen, wie gesagt, den Fehler wird, denke ich mal, nur ein regionaler finden, dass da Brandenburg-Jerichoer Land zugeordnet ist, was natürlich in Sachsen-Anhalt nebenan liegt. Sag ich mal so, da war das Polygon als solches umgedreht. Also weltweit habe ich noch keinen Import durchgeführt. Wie gesagt, das Größte war wirklich Deutschland, Österreich, Schweiz. Also wenn man so programmiert, nimmt man sich so üblich seine Region, die man so hat. Und da hatte ich noch keine Probleme gehabt, nachdem ich dann OSM2P GSQL genommen habe. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann nochmal herzlichen Dank, Christopher. Und wir sehen uns dann in fünf Minuten zum nächsten Vortrag. Dankeschön. Applaus Dankeschön. 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 Danke. Dankeschön.